Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Lulu und Leon Family and Fun. Und wie ist es, ich bin gerade in Lulus Zimmer, denn heute gibt es wieder ein Video mit Lulu und mit mir. Es ist wieder Schulzeit, die Winterferien sind vorbei und ganz viele von euch haben uns gefragt, ob wir auch mal ein Kind vs. Teenager Video machen können. Boah, das können wir machen, aber wir haben ja keinen Teenager. Leon ist noch kein Teenager, Lulu sowieso nicht, also muss ich natürlich den Teenager spielen. Und Lulu spielt das Kind. Und weil die Schule wieder angefangen ist, haben wir ein Back to School Kind vs. Teenager Video gemacht. Und das seht ihr jetzt als nächstes. Aber bevor das Ganze anfängt, denkt dran, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren, Daumen nach oben geben. Und wenn ihr die Schule mögt, wie vielleicht die kleinen Kinder, so wie Lulu, dann postet einen Daumen nach oben in die Kommentare. Und wenn ihr schon ein bisschen älter seid und wie die meisten Teenager die Schule eher nicht so dolle findet, dann postet einen Daumen runter in die Kommentare. Jetzt geht es auf jeden Fall los. Kind vs. Teenager, back to school. Viel Spaß. Viel Spaß. Thomas, Mensch, es ist halb acht, du musst aufstehen. Zack ich jetzt. Ich freu mich auf dich, Julia. Hm, was ziehe ich denn alle an diesem besonderen Tag? Perfekt für den ersten Schultag. Perfekt für den ersten Schultag. Ich freu mich auf dich, du kannst das nicht so gut passen. Ich halte in der Trainings Rose, da hat doch hier keine Zeit mehr. Haare? Da ist hier eine Mütze auf. Musik Das geht so schön. Das geht so schön. Wow! Ein Hotshotlug ist toll. Musik 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 Ach, Thomas. Ich hab dir deinen Toast und deine Milch da schon hingestellt. Frühstücken jetzt, bevor du gehst, ne? Nur mit deinem Frühstück, Frühstück, Frühstück. Du weißt, dass du nicht ohne Essen aus dem Haus sollst. Und jetzt hör auf zu meckern. Und wie siehst du überhaupt aus? So kannst du doch nicht zur Schule gehen. Kannst du nicht zur Schule gehen? So kannst... So kannst du nicht zur Schule gehen. Thomas, pack deine Schulsachen. Wir müssen jetzt los. Los jetzt. Es ist schon spät. Ich komme ja jetzt. Musik Musik Federmappe Wo ist überhaupt deine Schultasche? Ist das auch schon wieder weg? Alles muss man immer wieder neu kaufen. Mann, es ist die erste Schultasche. Hier hab ich doch schon alles hingelegt. Block. Kann ich alles draufschreiben. Der Stift wird wohl auch noch gehen. Irgendeiner hat auch einen Anspitzer. Schultasche hin, Schultasche her. Die Bücher, das krieg ich schon alles. Herrgott. Jetzt... Papa, jetzt komm doch schon mal. Ich warte doch. Ich bin endlich zur Schule. Sag mal, hörst du mich nicht? Papa, jetzt aber musst du aufkommen. Oh, Herrgott nochmal. Ja. Wir haben noch 10 Minuten. Was ist denn groß? Nein. Ich liebe Schule. Ja, aber du bist... musst nicht immer die Erste sein. Auf geht's. Immer so rumzitten. Jetzt komm endlich. Wir sind schon viel zu spät dran. Ich werd nur verrückt mit diesem Kind. Oh. Vielleicht mal ein Stück schneller. Oh. So, Herrschaften. Das war unser erstes Kind vs. Teenager Video. In diesem Fall Back to School. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Und dann machen wir vielleicht auch mal was mit Leon und mit Mama. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen ist, gebt uns doch einen Daumen. Daumen. Und vergesst nicht. Dann können wir uns mal abonnieren. Hier unten auf den Backen. Mama. Uua. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch alle Seiten. Tschüss. Tschüss.